Im Dock Cerro Torre, nicht den Hauch einer Chance, wird zeigt, wie der Top-Kletterer David Lama und sein Seilpartner versuchen, einen über 3000 Meter hohen Granitberg an der Grenze zwischen Argentinien und Chile im Freikletterstil zu bezwingen. Ein bisher unlösbares Vorhaben, denn der Berg hat besonders steile, glatte Wände und extreme Wetterbedingungen. David muss bald merken, dass er selber dazulernen muss, um diese Aufgabe zu bewältigen.